Musik So, jetzt wuschelt sich der Emil ein zurecht hier. Der Künstler, der Meister. Sintas Haare. Ja, ja, das sind die Haare. Wir sprühen noch ein bisschen, ne? Ja, komm, man weiß ja nie, was am Tag so mitzuspringen. Jetzt sprüht er mit dem schönen Tavia-Zeug. Ja, hallo. Hallo. Wir essen es nicht, wir schmieren uns das ins Haar. Schau mal, komm mal, jetzt nicht mehr. Oh, 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 oh. Manni, du bringst ja schon alles mit, ich unterstreiche es. Ach, Schatz. So. So. Weil es so schön war. Schau mal, Kaviar drauf. Das Zäug befriecht immer so lecker. Ja, die Duftnoten sind ja auch inspiriert von Rotiers-Pafon. Aha. Warte mal, jetzt rede ich schon wieder Chemiker von der Marshmallow. Schön. Schöne Länge, ne? Ja, schöne Länge, schön gestuft. Schöner Eming. Da habe ich ja Glück gehabt. Der Tag ist gerettet. Et voilà. Et voilà. Ich bade die Frau. Nein, gleich. Bis zum nächsten Mal.